Es war ein Schock, als Let's Dance – Urgestein Christian Polanz seinen Ausstieg aus der RTL-Show verkündete. Doch nun gibt es gute Neuigkeiten. Stichwort – Comeback. Viele Jahre lang war Christian Polanz als Profitänzer bei Let's Dance – dabei. Bereits in Staffel 2 hatte er 2007 sein Debüt gefeiert, gehört neben Isabel Edwardson und Massimo Sinato zu den Let's Dance – Gesichtern schlechthin. Umso größer war die Enttäuschung, als Polanz seinen Ausstieg erklärte. Als Gründe nannte er eine Vielzahl anderer Projekte, auf die er sich stattdessen konzentrieren wollte. Auch RTL hatte bestätigt, dass Polanz 2024 nicht dabei sein werde, sein Aus allerdings nicht so endgültig klingen lassen, wie der Tänzer selbst. Unsere Let's Dance-Familie ist mittlerweile so groß, dass wir nicht jedes Jahr alle Profis mitnehmen können, teilte der Sender stattdessen auf Anfrage gegenüber express.de mit. Christian Polanz will zurück zu Let's Dance – Fans waren sich aber sicher, Christian sei in Rente geschickt worden. Immerhin hatte RTL mit Anastasia Stan, 26, und Mikael Tartakin, 27, trotz des ohnehin schon großen Cast gleich zwei Neuzugänge in die Sendung geholt. Nun gibt es jedoch Hoffnung, dass sich der Ausfall des Tänzers tatsächlich nur auf eine einzige Staffel belaufen wird, denn Christian Polanz sprach am Wochenende, 23. und 24. März 2024, höchstpersönlich von einer Let's Dance-Rückkehr. Toni und Anastasia sind der Grund, warum ich wieder zu Let's Dance will, so der 45-Jährige überschwänglich. In seinem Podcast, Let's Talk About Dance, analysiert er aktuell fleißig die Geschehnisse der 17. Staffel. So hatte er nach Show 3 beispielsweise erklärt, Stefano Zarellas schlechte Darbietung mache ihn, traurig. Nun hat der Profitänzer Grund zur Freude, denn die ersten zehn Punkte, die 2024 in der Sendung vergeben wurden, machen ihm Lust auf ein Comeback. Christian Polanz Comeback bereits in Staffel 18 von Let's Dance 2025 möglich, Toni und Anastasia liefern einfach ab. Es ist geil, denen zuzuschauen. Ich hab einfach Spaß, so Polanz. Der Tanz des Duos habe ihm ein zufriedenes Lächeln auf die Lippen gezaubert. Toni Bauer und Anastasia Stann hätten eine unfassbare Chemie, die sich schon beim Einspieler zeige. Ich wär auch gern dabei, lasst mich einfach ins Training, ich misch einfach mit, so Christian Polanz weiter. Sehen wir ihn 2025 also wieder bei Let's Dance. Möglich. Der Cast für die 18. Staffel von Let's Dance wurde natürlich noch nicht verkündet, doch da RTL Christian Polos fehlen nur auf die Größe des Casts zurückgeführt hatte, und Polanz sich wieder motiviert zeigt, mitzutanzen, besteht Hoffnung. Wir drücken die Daumen, dass der Profitänzer 2025 tatsächlich sein Comeback feiert. Ohne Christian Polanz ist Let's Dance einfach nicht dasselbe.